Da ist er, Leute! Seht ihr ihn nicht sehen? Es ist so krass. Es ist so krass. Da ist er, er zeigt schon mit der Hand. Da ist er, erster Einsatz. So, R9 is coming. R9, da ist der erste Pass. Und der erste Ballverlust. Er will zeigen, dass er auch menschlich ist. Ist wirklich korrekt von ihm. Oh, oh, scheiße. R9, in welches Team bin ich hier gekommen? Wer steuert mich denn hier? Wer steuert mich denn?